Dieses Video zeigt die Bildqualität der IP-Kamera bei Tag und Nacht. Wir verbinden uns mit dem iPhone und der Kamera und schon sieht man, das Videobild wird übertragen. Gleichzeitig kann die IP-Kamera Videomaterial aufzeichnen. Das sehen Sie jetzt. Hier sehen Sie das Bild nun in der Nacht. Der Raum ist wirklich komplett dunkel, keine weitere Lichtquelle ist vorhanden. Die Tür ist ca. 6 Meter von der Kamera entfernt. Erwerben Sie das Produkt auf www.alarm.de